In der Stehenheit in der Nacht von zehn Jahren in der Dynast Yisroel ist aufgebaut geworden. Wenn wir reden und trachten, machen wir mal einfach. Du weißt doch, jede Sache käme dort sehen von zwei Standpunkten. Wir kämen sehen vom Standpunkt von Rishus Arabin, es ist ein Standpunkt von Politik, es ist ein Standpunkt von Wirtschaft, es ist ein Standpunkt von Geld, es ist ein Standpunkt von State Department, es ist ein Aßig mit dem Foreign Office. Aber ich will nicht reden, wenn wir da mal in der Nacht. Du wirst nicht interessiert, wenn ich es dann vom Moment in der Politik. Es ist ein Erster Moment. Aber im Moment ist es ein Standpunkt von Kniem. Und dann wie sie alle alles Kunden kennen von Kniem. Das ist wichtig. 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 Das ist das Paradoxal. werden die zehn Jahre vom Ereiz Yisrael, was ist der Paradoxal. Es ist ein Jeschua, es ist ein Es, 50 Mal direkt wegen dem. Nur sie ist ein Es, was nicht tun können können leicht. Nicht tun können können leicht nach der Trille, nach der Trille, vielleicht die erste Nacht, wenn sie geworfen mit dem Ereiz Yisrael, den ersten Freitag hatten wir geworfen Bombe auf dem Ereiz Yisrael, wo sie gefahren Menschen in Tel Aviv, und die ganze zehn Jahre sind mit dem Ereiz Yisrael zu uns, wie ein Ben Jochid zur Mutter, die sie geboren geworden sind. Sie sind viel mit Charode, mit Schreck, mit Moreschere, mit Liebe, und sie sind nicht sicher. Sie sind ein Pochad, wie Rochad. Sie sind ein Pochad und nicht ein Pochad. Sie sind zehn Jahre vom Leiden. Sie sind ein Pochad, wie es in der Lose geht, und sie sind nicht sicher. Sie sind ein Pochad, wenn es nicht schlecht geht. Sie sind kein Ziel. Sie sind ein Pochad. Sie sind nicht sicher, wenn sie einen Pochad. Sie sind nicht sicher, wenn sie nicht beschissen. Sie sind nicht sicher, dass sie ein Pochad, die der Wälder in der Wälder, das erneut sein gar nicht beschissen. Sie sind sicher, dass die Mutter, die Kind in den Armenien, Ereiz Yisrael, sie sind ja bei der Grenze, 20 Meilen von der Heim zu des Kindes kommen zurück, es kann kommen ein arabischer Sniper und schießen, und er sieht Geseyder und Geseyder. Und die ganze, das Scherle, Dove, die Skola, Scher und Nusey, sie sind ja nur ein Nefesch mehr, wie nur ein Guff, nicht eine Frage von Geld, nicht eine Frage von Politik, nicht eine Frage wie das Tätepart, das ist eine Frage von einem Zustand, von sovig, ich weiß nicht, aber ich habe mir betroffen, aber ich habe mir gedacht, ob er sich merkwürdig, merkwürdig. Favossidos, 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 wenn wir vergessen, dass alle politische Geschweneß, wenn wir wegwerfen, wenn wir auf die Funde mit Mackellen, mit den Medienalien, sie schauen, naucho, maurag, lechok, amok, wenn sie ein Tremet, oder auf Admaskidishu, haben wir alle Geschweneß nicht machen, die alle Geschweneße machen, in Polo-Graunze, das ist kein Geschweneß, aber du, in Abismäder, in die Nacht, noch ein Tremet, die Geschweneß nicht machen, schauen, naucho, maurag, lechok, amok, wenn sie ein Tremet, kein Geschweneß, und das ist ein Tremet. Das ist ein anderer Zugang, ein anderer Geschweneß. Was ist das? Weil er hat sich so, dass er geduscht ist. Und geduscht können, existieren und sein, eben der Mensch ist ein Schuttef zum Rebbein HaShallam, bei Meis Hebräischis. Und ein Schuttef wird mir noch, der Ideal für Schuttef ist mir, zu bedamai Chayi. Und er fahr, gehen wir durch die Periode. Das ist ein Sinn, hat der Rebbein HaShallam Wille Rezisroel und Wille mit ihr Rezisroel. Wollt ihr ihr nicht gewöhnt? Wollt alles nicht ganz glatt. Wollt alles nicht gewöhnt. Alles glatt, wollte ich nicht gewöhnt, sicher hat der Rebbein HaShallam Wille mit ihr. Geht doch so weiter, seh ja, zigzag, wie auf Romerino. Wollt ihr also mit so einem Warten, kach ist Birchessi Chitra, weil ein Schaumle Elo, die Meishe Rabbeine, da ist Schwieres HaLuches und da ist weiter Psollokosch, da ist ein Luches Amonim, Kofi Ischainim, und krieg weiter auf den Bart, und warte auf die Kalten Bart, auf das Stehen, warte, 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 und sein Genüchchenne. Und die alle Sachen, und der ganze Seewel, und die ganze Leiden, und die ganze, was der Rebbein HaShall verlangt für uns, als viel Pule, als viel Energie, und Zeit, und Deiges, durch das Deiges, und Sorg, und Unfmärksamkeit, und mit Messia Dasein. Aber wir nehmen doch eine Zeitung, wir reden nicht nur von wo ich gucke, wo ich gucke, ich nehme die Zeitung, wo ich gucke, wo ich gucke, ich gucke dort in den Konten, Konten, das ist eine solche Idee von Erd Israel, in den Nächten, in den Nächten, aber gewinnen bei Nacht, gehe ich in die Zeitung, im Golf der Seger, gehe ich in den Herald Tribune, warte, im Dorf und dort, im Golf der Fakabay, ich meine nicht sicher, was sei morgen, was sei dort, und in dem Topf, in dem Jema hat es Maut, wo die ganze Deige, für jeden Regen. Das ist immer Erd Israelis Kodesch. Das ist immer. Das ist immer, sehr, 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 sehr wichtig. Das ist immer der erste obende Tere. Das geht als glatt. Nachher des Schwieres Haluches ist gar nicht. Das ist mir. Das ist mir weit, aber auf den Rebellen, das ist immer ein Kitscheres Scheiter, wie das Kitscheres Gehör der Sagen jetzt. Also in jedem Lächter, der Interpretierung der Geschichte Punktverkehr auf, für den anderen Standpunkt. Lama gehen weiter. Sogen, als er jetzt ist so, und ist wichtig, auf vier Lochen. Ich will euch ja sagen, ich würde es all zuerst mit sogen, als ich weiß, was ich ja sagen, als die Teerröter Jagdmitzwes. Es ist ja so, wie es, was ich gar nicht schon immer sagen darf, wichtig auf vier Lochen. Und ich will euch das, wenn ich letztens das Teerröteroum schelhevel, wenn ich meine, zu Jeshu und Ereiz Yisrael, oder der Rambam, ich gerecht mit Teerröter Jagdmitzwes, ich will euch das Teerröteroum schelhevel, ich will euch das Teerröteroum schelhevel, es ist ja so, wie es so, wie ich gesagt habe. Es ist nicht okay, so viel zu sagen. Und die Anteideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide aber das ist ein zentraler Ingen in der Lochhe. Tayagmitsis ist glatt kein Reihe nicht. Ich habe einen Beweis, der Ramban sagt, an dem Monechi, an die Schemele, dass er da ist, sei das, darf nicht gerechnet werden, Tayagmitsis. Weil es ist ein Iker doch. Ist das Wort gerechnet, Tayagmitsis ist nicht, ist nicht kein Reihe von, sondern ich habe dich nicht gesehen, dass ich es nicht gesehen habe. Und ich kann es so gut machen. Wir müssen uns ein bisschen mehr auf uns zu tun sein. Wir müssen uns ein bisschen mehr auf uns zu tun sein, das ist besser, zu sehen, in Golas. Weil in Golas kamen, in Golas kamen, in das Ghetto. Wenn das Ghetto ist ein Heiliger, Also von der Dien und von der Diener und von der Diener Israel. Den Sie doch auch schon. Man sagt, die Fertur hierher und hierherzelt nicht. Ich möchte es nicht nur damit, sondern es ist hier abstrakt. Dann geht es um einen Riesseck, einen Riesseck zu den Dienern. Dann geht es um einen Riesseck zu den Dienern, dann geht es um einen Riesseck zu den Riesseck. Denn das ist auch ein Riesseck zu den Riesseck. Aber wie ist der Gettbewerb? Wie ist der Gettbewerb? in England, sollen sein heilig, seien sie nicht heiliger, wie die Machne lewehe und der Middor, wie Meische Rabbein hat gewöhnt. Und wie so sagen wir, bleiben gedusche und Teire und viele und auch viele, aber die Machne lewehe und Meische mit Arnen, seine gewöhnt in der Middor ist einfach nicht heilig, nicht sovig. Und von deswegen hat Meische, trotz der Gedusche, was meine Machne lewehe, hat er an den Anwien gebeten, wenn er sich mit Schanen gefahren Rebeine schlom, Ebronau, wo Eretz, das Eretz, das Eishwache, der Beheber, der Yardin, der Oratee und der Alwane. Weißt du, ich sage, das heilige Machne lewehe und was nicht kennt, das heilige, was er machte lewehe, Aho Mishku, kommt noch nicht zu Dallodames in Eretz, das Eishwache. Und ein Meische, die Möge des Betten, Möge unsere Tzadike mein, das Eishwache. Und was darf man das auch nachher machen, ihr wollt wissen, wie die Aloche halt wegen Eretz, das Eishwache. Die Aloche, die ich sage, wenn tu mir alle Eretz, die Amin, ihr wisst, dass er kein Eretz, die Amin, ihr wisst, die Dinn, ob Tomille nas? Und das ist nicht kein Drosch. Guchhshah mit Tame, und Abhir east mit Tame auf Eretz Amin. Aller Eretz Amin. Weil Gott noch zu dem Eretz Amin war, das Eishwache mit Tame, das Eishwache mit Tame, er kommt, dass er sich nicht mehr in Israel bei ihnen. Und ich kann es nicht verstehen, ich kann es begreifen. Wir haben ihnen die Möglichkeit, die Aufkleiden zu finden, in der Platz in Golas und Progestierung der Ereiz Israel. Ich kann es nicht verstehen. Aber sie haben sie größere Zadigen von mir und größere Achamik. Mein Kleiner ist es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Wenn man sagt, dass wir nicht nachdenken, machen wir etwas. Wenn man sagt, dass ihr und Ereiz Israel ist wichtig ist, dann ist es einfach, dass ihr und Ereiz Israel ist wichtig ist. Das ist das Gleiche gesagt. Und das ist ein anderes Gesetz gesagt. Ihr und Ereiz Israel und der Ramban ist wichtig. Das ist ein Zwei-Zachen. Erstens, die Kolonienzationen sind. Aufkleiden in den Ereiz Israel. Ich will in das Land pflanzen, bewässern. Und zweitens, ich als Siden soll haben politische Macht in Ereiz Israel. Das ist ein Athei und von Jeschuh in Ereiz Israel. Haben am Medina, das heißt politische Macht. Das ist ein Athei von der Mitzvah. Von wie ihrischtem eich so und wirischtem. Was heißt, wirischtem? Wir sollen kolonisieren. Was heißt, wirischtem? Was heißt, wirischtem? Was heißt, wirischtem? Was meint das wirischtem? Wir sollen regieren. Wir sollen sie kontrollieren. Und der Ramban sagt, wie die Werte. Das ist ein Athei, das ist ein Athei, das ist ein Athei. Wir sollen sie verlassen. Wir sollen sie politische Macht in Ereiz Israel. Wir sollen sie politische Sovereinerte. Und das ist ein Athei, das ist die Regierung von Israel. Und es ist ein Athei. Und es ist ein Athei. Und viele Leute sind in Ereiz Israel und sagen mir. Nein, wir sollen sie sagen. Nein, wir sollen, wir sollen mit den großen Finger, sowie sein. Wir sollen mit den großen Finger reuweisen. was neu erkennt sein, was er kennt, obteilen, kolonisatie von politischer Macht. Aber es gibt noch, er kennt noch kolonisierende Teile von Eretz Israel und nicht von dem Marktorten. Heute ist das eine unmerkliche Sache. Wer es heute keine politische Macht, kann nicht kolonisieren. Wenn in Eretz Israel wollte ich die Medina von Israel nicht gewöhnen, dann hat er keine Menschen gewöhnen, um den Nasser. Was ist die Jeshuvien in Irak, von den altsten Jeshuvien, was ist die Jeshuvien mitzrein? Und er hat viele Heimt, keine Turekarte protestieren in Erz Israel. Und reiten auf der Achsel in Gefängnis. Und schicken Telegrams, Herr Chushu, Atsilu. Ich nutze nur bei dem Sachver, es ist nur ein Medina von Israel. Und dann Nasser, warum wollten sie die Gelegenheit nicht mehr sagen. Ich kann es aber auf die Erde.